hallo es ist nur schaden gegen wenn man irgendwo gegen rennt gibt es nicht nur gegen andere max ab und zu mal naja das ist zu heiß auf dem rechner katapult action ja vom stück aber da ist ein k2 bei das heißt der hat Dingens, ne? Ich hab keine Ahnung, Schnurz. Wo gehen wir denn hin? Ich lauf dem Dicken hinterher. Wow. Da ist das ja. Ja, es rumlabern. Ach, das sieht mal an, das ist nicht gröne Metos hier, der vor mir läuft. Auf zu ballern. Du kannst ihn schon eh nicht schmelzen. Ich könnte hier aber mal am Rücken schießen. Wir können ihn beide am Rücken schießen. Dann ist auch wahrscheinlich schon platt. Ja. Dann sagen, ups. Sorry, der hat sich ja einen Schuss gelöst. Das ist aber auch 4. Ähm, auf dem Berg? F6 oder bei ihm bleiben? Ich bleib nicht bei dem, der steht auch auf dem Feld, Junge. Ja, aber ist mir jetzt aufgefallen, dass das ein Bunenberg ist. Da stehen sie hinten. Wo ist da hinten? Ach, ähm, G7. Ja, das klar. Ach, die Schüsse hast du gesehen, ne? Nein, ja, auch. Nein, hinten hoch. Nicht vorne ran. Das können sie sich gleich sehen. Die sehen mich so oder so. Hauptsache, die treffen mich nicht. Oh, Snowball. Siegert immer, also nix. Da ist was. Ein Kacker fragt. Ja, ich hab da einen gesehen. Links, ne? Ja. Also, F7. Zikade, ja. Aufs Katapack einschießen. Ja. Treff ich nicht mehr, ist außer Reichweite. Indeed. Ran. Meinst du? Ja, definitiv. Weil das machen wir jetzt über den Berg am Prelatt. Wir machen sie eh. Da kommt einer übern. Boah. Highlander, ach, der kann doch nix. Ja, aber die beiden Runden. So, kann doch gut. Nicht so weit vor. Oh Gott. Ich liege weg, sorry. Nach unten war auch noch ein Katapult, ne? Neu Target acquired. Oh, wirklich. Beschärftig die. Ja, hack. Ja, unser Katapult leidet hier auch gerade. Hattest du eigentlich noch dein Raketensystem drin? Ja, Antiraketensystem? Ja, klar. Okay. Ja, scheiße, hätten wir jetzt zusammenbleiben müssen. Ja. Oh, ein Sturm am Riff. Kill assist. Wir haben uns übrigens überrannt. Jo. Da steht ein Atlas. Ich geh mal weg hier. Hat er akzeptiert. Neu Target acquired. Ich hab mal so weit geschossen, ey. Ich hab mal so weit geschossen, ey. Nein. Auch unsere Lanze sieht doch gut aus. Äh, Lanze, unsere Seite. Zwei Tote bisher. Wir beide halt, ne? Ja, oder? Ja, ich kann grad nicht. Sorry, aber... Der kann gehen. Ich muss da kurz jemanden rücken schießen. Gut, dass ich Arme hab, Jan. Oh, GG, ne? Und unser Victor ist tot, oder? Ne, der lebt mir sogar noch. Boah. Jan, 307. Schaden. Mhm. Zwei abgeschossen, vier Assists. Ne, schlecht. Die Katapultgruppe hat insgesamt acht Abgeschüsse. Ja, das war eine ganze Gruppe von denen, ne? Ja, ja. Einen Katapult, der hat drei Abgeschossen und die anderen Katapulte, aber alles klein geholzt gemacht. So muss das, läuft gut. Muss halt jemand spauen. Ja, das war eine Gruppe von denen, ne? 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 Vielen Dank.